Das heutige Video wird nochmal extra unterstützt von den Kanalmitgliedern Marvin Miltkau, Movie Lou, Jackie Strange, Special Freak, Der Film Flow, Stanleys Filmzimmer, Jürgen B., Ronny Kaiser und Movie Riese. Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Heute mal wieder mit einem sehr abwechslungsreichen Vorbestellertipps Video für euch. Wir begeben uns auf eine komplette Weltreise sozusagen und beginnen diese beim Wishmaster zu Hause, denn seine Sammlung ist jetzt endlich bei mir auf der Seite zu begutachten und zu bestaunen. Hat ein bisschen gedauert, bis wir es hingekriegt haben. Tja, er kam dann selber auf eine Idee, auf die ich nicht gekommen bin. Gut, bin auch nicht mehr der Jüngste, aber war genial und genauso genial sieht auch seine Sammlung aus. Und ich teaser hier mal ein bisschen was an. Okay, also Freunde, Link in der Videobeschreibung, ihr seht es, die Sammlung der Community auf meiner Seite wächst ebenfalls. Geile Geschichte, herzlichen Dank nochmal dafür. Und jetzt geht's los und zwar mit dem Media Psychos. Die haben sowohl eine Twitter-Seite als auch ein Forum. Hier kann man sich anmelden und dann diverse ausländische tolle Editionen per Sammelbestellung ergattern zum Normalpreis. Dauert manchmal immer ein bisschen länger, aber es kommt zumindest sicher an und auch safe. Und sie haben auf der Seite von HDC da ein paar Packshots gezeigt vom Hobbit von der Trilogie, Silberedition. Das heißt eigentlich immer keine exklusiven Steelbooks, aber ein paar tolle Schuber, Gimmicks und Boxsets. Und wie wir hier sehen können, sieht das richtig genial aus vom Hobbit. Und das Geile ist, jetzt wurden hier schon ein paar Bilder von Herr der Ringe angekündigt und auch gezeigt. Und das sieht mal nach einem richtig schicken, genialen Boxsets aus. Und hier wird es dann für die einzelnen Teile noch ein paar Lentikularschuber geben. Da gibt es auch schon ein paar Beispiele dafür, ein paar Beispielfotos. Und das macht Appetit auf mehr. Ihr merkt es schon, mir läuft das Wasser im Mund zusammen bei so geilen Editionen. Ich konnte ja keine dieser Steelbooks-Editionen ergattern, war ein bisschen schade. Aber vielleicht hat man hier dann noch irgendwie die Möglichkeit, wobei die Asiaten werden definitiv auch sehr gefragt sein und schnell weggehen. Zuletzt habe ich ja angekündigt, dass Dirty Dancing in einer 4K-Ultra-HD-Edition erscheint. Und zwar bei Best Buy für 18,99 Dollar. Das war so gegen Ende April. Und hier wollte ich einfach nur mal ein paar Bilder eines Reddit-Users zeigen. Herzlichen Dank an dieser Stelle, denn ich finde, das Steelbook ist ultra gut gelungen. Farbenfroh, tolle Motive, wie das hier gezeichnet ist. Natürlich Best Buy typisch, nicht ohne irgendwelche Schrammen zu haben, wie man hier sehen kann. Das ist einfach schade, wie die damit umgehen. Aber wenn man sieht, wie gut das Steelbook gelungen ist, das wollte ich definitiv einmal mit reinnehmen. Auch der Innenprint kann sich absolut sehen lassen. 18,99 Dollar 4K-Ultra-Edition. Also ihr seht es, es geht doch eigentlich. Also warum nicht auch bei uns? Zumindest in England erscheint hier eine tolle, ebenso farbenfrohe Edition. Und zwar Charlie und die Schokoladenfabrik erscheint in einem Zavi-exklusiven 4K-Ultra-HD-Steelbook. Absolut genial, wie die Vorder- und Rückseite aussieht. Und auch passend zum Film ist der Innenprint gestaltet. Also das macht doch Lust auf mehr. 29,99 Dollar ab dem 28. Juni. Wir gucken auf die Tonspuren und sehen, dass bei der 4K leider kein deutscher Ton mit an Bord ist. Dafür aber bei der Blu-ray. Wer mehr zum Thema Zavi wissen möchte, ihr wisst ja, ich habe schon einige Male darüber berichtet. Ab dem 1. Juli entfällt ja diese Freizollgrenze oder dieser Freibetrag von 22 Euro. Da wird ab dem 1. Cent Zollgebühren fällig. Mein Kollege, der gute Zocki, hat dazu ein tolles Video gemacht. Also schaut mal bei ihm vorbei. Da erfährt ihr alles, was ihr wissen müsst. Und Zavi bleibt attraktiv. Und das freut uns Filmfans und Freunde von speziellen Sondereditionen natürlich sehr. Machen wir weiter mit einem Steelbook. Ebenfalls 4K-Ultra-HD wurde angekündigt. Der neue Mortal Kombat von 2021. 2021 beim Mediamarkt und beim Saturn leider nicht mehr verfügbar. Ob die nochmal reinkommen oder nicht, hoffen wir es. Denn hier gibt es noch eine Standardvariante ohne 4K ab dem 22.07. Für 32,99 beim Mediamarkt. Plus 4,99 wegen der FSK 18. Gibt es auch beim Saturn. Allerdings hier 4 Euro mehr. Wieso, weshalb, warum, fragt mich leider nicht. Dann haben wir den Film natürlich in eine 4K-Standard-Version angekündigt. Aktuell alles zu bestellen bei JPC, wie auch die Blu-Ray und auch die DVD. Alles natürlich ab dem 22.07.2021. In dieser Woche erscheint ja noch das Doppelset Mortal Kombat 1 und 2 Collection Steerbook. 25,99, wenn man sich das aktuell bestellt, werden sogar noch an der Kasse 2,51 Euro abgezogen. Also kann man eigentlich auch nicht großartig meckern. Weiter geht es nochmal mit Mortal im Titel und zwar Mortal Engines. Diesmal der Film von Peter Jackson, da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Ist ein Film, tricktechnisch natürlich auf absolut hohem Niveau. Aber so der Funke wollte letzten Endes nicht doch ganz überspringen. Wer Freund des Films ist und hier auf 4K und Steerbook upgraden möchte, der kann dies ab dem 08.07.2021 tun. 36,99 werden fällig und wie wir sehen können, ohne Versandkosten, weil der Film freigegeben ist ab 12 Jahren. Den hat dann auch Saturn gelistet und hier sind die Preise dann gleich. Wieso sich das bei Mortal Kombat jetzt unterscheidet, weiß ich leider nicht. Wenn wir schon beim Mediamarkt sind, dann bleiben wir auch hier. Haben aktuell neu gelistet beim Mediamarkt und beim Saturn nur 48 Stunden und und wieder 48 Stunden Teil 1 und 2 in einem Doppelset Blu-ray 36,99. Ab dem 15.07. dann verfügbar. Außerdem verfügbar diese Woche auch endlich bei Amazon und korrigiert im Titel. Da wollte ich nochmal extra darauf hinweisen. Nicht, dass es hier irgendwelche Missverständnisse gibt. Es ist keine Steerbook-Edition. Wir sehen es hier. Kinofilm als 4K Ultra HD und Blu-ray 6 Art Cuts, 32-seitiges Booklet plus doppelseitiges Poster. Nicht unattraktiv hier in diesem Schuber. Aber wie gesagt, es ist kein Steerbook. Ein Steerbook erschien ja hier zuletzt. 4K Ultra HD allerdings leider schon überall ausverkauft. Dann wurde mir noch dieses Mondo-Steerbook hier vorgeschlagen. Das wollte ich mal mit reinnehmen. Absolut hässlich wie die Nacht. Sorry, dass ich das sagen muss. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zu einem Steerbook sage. Aber bitte nicht. Das ist leider nichts gut. 15,71. Der Preis ist zumindest okay. Nicht okay ist dieser Vorschlag hier. Klappe 110 Euro Schnapper hier. Exklusiv Amazon. Steerbook. Sieht eigentlich von der Front schon cool aus. Aber ja, 110 Euro. Hätte ich nie gedacht, dass das so mal im Wert steigt. Gut, wer es zahlt, verlangen kann man viel. Aber ob man das zahlt oder nicht, steht dann auf einem anderen. Dann wurde ich mehrfach hier auf diese Dracula-Statue hingewiesen. Ich habe zwar schon eine 1-6-Scale-Figur, auch von der Firma Staris. Jetzt kommt eine 1-4-Scale-Figur raus aus Polyresin. Wie man hier lesen kann, das können wir uns ein bisschen genauer angucken. Gibt es aktuell bei Comic Cave zum Vorbestellen. Dracula geht ja immer. Ich bin sowieso ein Fan. Und da kann man sich das gerne auch mal angucken. Hier auch die Base. Sieht richtig klasse aus. Also macht schon was her. 479,99. Ja, wenn man so denkt, was die Sideshow-Dinger kosten. Die sind auch so 500, 600, 700 Euro. Ja, je nachdem, ob gerade frisch rausgekommen oder etwas älter. Dann zahlt man meistens immer ein bisschen mehr, weil die auch streng limitiert sind. Und zu guter Letzt haben wir dann noch eine James-Bond-Figur angekündigt bei Action-Figuren 24 ab dem 30. Juni. Sean Connery ist hier definitiv zu erkennen. Sieht mir aber hier auf den Vorschaubildern ein bisschen so zu puppenmäßig aus, oder? Was sagt ihr? Also das erste Bild war ja noch richtig okay. Hier? Na ja, geht schon. 234 werden hier fällig und 90 Cent. Und dass Figuren ja hoch im Chor stehen bei euch, wissen wir schon lange. Deswegen schließt sich jetzt dann auch wieder hier der Kreis zum Wishmaster seiner Sammlung. Und ich sage danke fürs Zugucken. Macht es gut. Bleibt gesund. Auf bald. Und Servus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017